Hallo! Willkommen zurück bei den Passagers! Heute haben wir wieder was kleines für euch vorbereitet, nämlich ein Review zur Kauai Box. Genau, das ist wieder ein Sponsorship. Deshalb erstmal auch nochmal vielen Dank dafür. Wir freuen uns, dass ihr immer wieder zu uns kommt. Es scheint wohl anzukommen. Ja, das macht uns natürlich ganz stolz und wir wollen gar nicht lange drum herum reden. Wir fangen einfach mal an. Tendi, lese mal vor. Auf Englisch? Oh no. Ich hab's nicht so böse gemeint, aber Tendi ist Englisch. It's very bad. My German is better. Das erste ist Pokémon Rambouille Candy. Oh, und das war's zuerst. Nein, wir müssen jetzt erst was tun. Pokémon Rambouille! Geht das? Ja, das kann man mal. Kamera? Tiiiiiit! Ich will's nicht analysieren. Doch jetzt! Wir sind leider alle Schmerzen weggedrucken. Ab dem ersten 150 haben wir aufgehört. Richtig, also 150. Rambouille, Flava, Kura, Kukukara, Dene, wie auch immer. Wie auch immer. Wir bitte auch rein, das klappt ja nicht. Du siehst schon wieder, weil da so ein Getränk drauf ist. Aber hey, hey, wir schmeißen's jetzt. Wir essen's jetzt. Also vielleicht mal, als wir was irgendwie ins Wasser geschmissen haben, war scheiße. Ach, so viel. Schade. 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 Bisschen wie Traumzucker? Mhm. Auch nicht so fad. Also fad ist es wirklich ein bisschen, aber man schmeckt es trotzdem irgendwie raus. Das andere ist relativ langweilig. Das ist so extrem süß dann schmeckt, dass man schon denkt, oh Gott, man kann sich nicht mehr essen. Das stimmt. Bist du mehlig? Du bist mehlig. Ich seh das irgendwie sehr. Es ist mehlig, es ist fad, aber Mina steht drauf. Äh, hier. So. Das zweite ist Rabi Dango Püsch. Das war das, was ich mir vorhin liebte. Show to the camera. Wir haben das zweite Schmack-Foltee. Alles fein. Was machst du da? Scheiße, falls ich da nicht mache. Unser zweites Messkotchen. Sind denn da die auch? Sind denn da die auch? Ja. Pack es auf. Oh, der Kamera. Aus. Du 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 du. Tschüss. Oh nein. Es ist ein ohnees Mellon-Folm in Hallo-Folm. Stimmt. Also Mello ist die in der Masen-Folm, was du jetzt in der Mellon-Folm hast. Die will überbringen. Wollen wir ab und nach Hause Mello, nicht? Wie nennt das Mello? Wollen wir Mello ja? Me-Loo! 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 Es ist nur ein Kühlschirr. Es ist auch ein Sack, also so wie nennt das. Ein Sack steht eigentlich, dass es stehen kann. Ja. Oh! Oh! Das ist wirklich cool. Nummer 3! Das ist süß. Kann ich mir denken. Klatsch. Also solche niedlichen Sachen könnt ihr mal... Fünfmal dreimal sagen. Fünfmal dreimal. Fünfmal dreimal. Ah! Wie süß! Nummer 3. Okay. Was für ein Rübi ist. Okay. Ich liebe dich. 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 Nummer 4. Happy Day Notebook Set. Happy Day Notebook Set. Happy Day Day. Happy Day. Happy Day. Happy Day Day. Tadaaa. Ähm, was meinst du gleich? Ich glaube, du musst es zurückgehen. Ich schreie. Es ist auch koreanisch. So wie ein bisschen so ein Tragebuch hat man so das Gefühl... Pokédex. Ja, schön, das sieht aus wie Pokédex. Sie hat sich Pokédex. Oh mein Gott, sogar ein Sticker. Es hat doch ein Pokédex. Sogar ist es sogar Rohre zieht. Okay, dann. Wollen wir dich mal kurz ausstachen, dann kannst du damit sexy mäßig vorgehen. Ja. Lolli. Schleunschkopf. Keiner will ja jetzt zu früh gehen. Ich weiß nur, Sammy sucht jetzt eine neue Fan-Gemeinschaft Fußfetischisten. Doch. Please represent Go. Also, Moment. Jetzt. Die kleine Nina geht zur Schule. So sieht es aus, nochmal. Und wenn man... Also es gibt sogar Sticker dazu. Die sieht man leider gar nicht. Du musst ein bisschen weiter wegmachen. Ja. Genau so. Also so. Und... Hier ist auch noch ein Kugelschreiber drin. Und wenn man das halt aufmacht... Also wenn man den rausnimmt, kann man es halt öffnen. Und hat dann hier noch einen kleinen Notizblock drin. Und wenn man es dann wieder zumacht und den Stift reinmacht, ist es sozusagen auch wie verschlossen. Also es geht jetzt da nicht mehr. Ach, das ist voll... Ja, ne? Voll genius. Katze mit einer Zwiebel. Why not? Die Katze macht... Bist du okay? Rolf. Zwiebeln sind lecker, iss sie. Onion for life. Also das fünfte ist... Peste Cupcake Pan. Peste Pan! Peste! Entschuldigung. Cupcake Pan! I had... Nein, nicht mehr. No, no, no! I have a cupcake... Cupcake Pan! Ich habe das... Ich habe das... Hm. Voll toll, ich habe den Kopf. Das ist der Cup... Das ist der Cupcake Pan. Oh. Mehr Verwendung habe ich gerade nicht dafür. Ach nee, das ist ein Bleistift. Ah. Deshalb auch... Und da sind Mickey Mouse Ohren drauf. Ja, hier so... Das Pattern? Pestel Mini Cupcake. Also Mini Mouse. Ach Mini Mouse. Ah, okay. Next one! Nummer 6. Do It Yourself Candy Kit. Oh, nicht nicht mehr. Oh, nicht gut. Wir können sowas nicht. Also wir geben das als Hausaufgabe auf für... Jemand, der es kann. Jemand, der es kann. Wir sind richtige Fans von Do It Yourself. Arka überhaupt nicht. Ja. Es wird einfach nie was. Ich habe bisher nur einmal eins gegessen, was ich gut fand. Okay, also das Problem... Das haben wir oben gepackt. Das war Takoyaki. Also kennt ihr diese Sachen, die man in Verpackung packt, damit das Glas nicht kaputt geht? Wie sieht das gerade aus? Wie? So, diese... Das sieht aus wie... Wie Füllmaterial. Wie diese... Oh, die! Wie man das macht? Ich finde, man klingt richtig gut. Ja. Das war genau so. Wir können ja mal darüber nachdenken, ob wir das irgendwann machen. Ja. Wenn wir mal keine Videoidee haben oder so. Wenn wir lebensmüde sind. Wenn wir den Meerlauf haben. Lebensmüde Vergiftung. Nummer 7. Invisible Secret Pen Set. Wie kannst du... Kannst du... Kannst du eher was auch immer für ein Wissen das ist. Man hat hier eine Lupe. Ein Stück. Und... Entschuldigung? Ich glaube, mit dem Invisible ist halt ernst gemeint. Von wegen, dass man... Ähm... Da was drauf schreit und das dann durch irgendeinen Effekt wieder sichtbar machen kann. Also das ist... Ich schreibe mal um. Das kann man das dann erst sehen. Ja. Ich hatte sowas neu aber um... Aber um... Also um... Lenschen kann man das mal testen. War ein Mickey Mouse. Kannst du das mal in einem Cookbook? Kannst du noch mal abgeschnitten werden? Das ist nicht so aussehen. 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 Das ist die Lupe eigentlich. Das ist die Lupe eigentlich. Ja! Ist das so feucht? Oh mein Gott. Okay, okay. Wie ihr seht, seht ihr nichts. Moment. Und? Jetzt? Jetzt? Jetzt muss ich erst mal treffen. Wiegeverkehrt. Ach verdammt. Egal wie groß wir es machen. Ich glaube man sieht es nicht so direkt, oder? Aber auf jeden Fall steht da. We love you. Genau. Also man schreibt sozusagen mit der... Mit dem Stift erstmal ganz normal was man haben will. Und das sieht dann sozusagen aus als... Das zerläuft sofort. Also man sieht es nicht. Es ist wie unsichtbare Schrift. Und dann hält man halt die Taschenlampe hier vorne davor. Und dann kann man es halt perfekt nehmen. Okay... Next one. Harajuku Hair Loops Set. Hä? Okay. Ha 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 ha. Huh. Ich kann ja auch die Haare machen. Seid ihr bereit? Für... Mega... Für mega coole... Harajuku Zopfgummis. Das sind kleine Herzen dran. Dann, dann, dann. Beschiedene Farben und ja. Keine Ahnung. Ich meine, kann ich dazu nicht sagen. Die sind bunt. Fertig. Fertig. Fertig an Jamie Lee. Wir gehen zum nächsten Tagespunkt über. So, also Nummer 9. Diamond Deko Stick-Ups. Ziemlich eindeutig. Auf jeden Fall. Das klingt nicht sehr geil. Ich würde sagen, beim nächsten Mal packt jeder sich hier so ein. Oh, yeah. Ja, und zum Paket. Ja, und zum Paket. Das ist auch mein Scanning. Wie auch im Spiegel. Ja, in Hefte. Einfach auf Geschenke. Einfach zum Verzieren. Also nehmen sie einfach ins Gesicht. Steht zwar nicht drauf. Let's do it. Oh. Oh, nicht. Kann man? Alter, so 30 Minuten. Dann ist es ja so. Okay, das zehnte und vorletzte. Dream, Explore, Notebook. Ich finde es voll schön. Es erinnert mich an so einem Buch. Und zwar irgendwie, wie Gott die Welt erschafft. Aber auf physikalischer Ebene. Da erinnert mich dieses Surface. Also diese Oberfläche daran. Aber eigentlich ist es halt Dream & Explorer. Und dann kann man hier so. Äh, seine Notizen reinschreiben. Beziehungsweise Datum, Nummer. So ein Sternchen. Und Youth Fund. Ja, Notizbüchlein. Oder schreibt jemand noch Honey-Nummern oder so in Bücher auf. Und das Beste an diesem ganzen Ding ist das Englisch. Trinkel mit R. Trinkel, trinkel little star, how many there are in the sky? Trinkel. Let the children try to count. I remember the starry night. Trinkel. Trinkel, ja mit R. Es ist ganz klein hier unten. So, ja. Mehr kann man eigentlich nicht so sagen. Jetzt kommt das Schönste an dem ganzen Ding, finde ich. Die Werbung. So wie Animal Sparkle Stickers. Jetzt nochmal nach vorne gehen. Ich, darf ich? Ja, ja. Mit deinen Sparkle Finger legen. Aus wie ein Puder, glaubst du auch ein Hase oder so? Ich würde behaupten, es ist ein Hase und ein Bärchen. Oh. Und eine Katze ist da auf einmal. Ich hole mal das Licht dazu. Tada. Ja, auch cool. Die Sparkle. Und dann kann der so. Ah, wie man heilt. Shaking, shake that ass. Nein, shake that bunny. Warte, warte, hallo. Shake that bunny. Hey. Ja, hier ist auch nochmal so ein Bunny drauf. Yay. Und jetzt, weil wir den Inhalt eigentlich schon komplett vorgestellt haben. Noch ein bisschen Werbung. Von der Kawaii Box und der Japan Candy Box. Und ja. Ich kann gar nicht mal alles machen. Und Biblo. Biblo? Biblo. Entschuldigung. Höhöhöp. Share Kawaii Box with your friends and get 5$. Du kannst es auf kawaibox.com slash sharen. Wenn ihr Freunde werbt, dann könnt ihr selbst, glaube ich, 5$ Rabatt bekommen. Hier steht für as many francs as you like. Hier steht auch noch. Share your Kawaii Box and win a Kawaii Mega Box worth over 100$. Simply take your post slash kawaibox. And every month a lucky winner will receive a Kawaii Mega Box that has been filled with items worth over 100$. Und die Box ist natürlich dann noch riesig. Da hat man dann natürlich noch ein paar andere Sachen. Ja. Hätte aber ein riesen Plüschte oder so. Wahrscheinlich. Eine Box, ein Plüschte. Ja. Okay. Das war unser Review zur Kawaii Box von September 2016. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Stay curious, because... Der Weltuntergang mit dem Zettel. Das kommt eh wieder runter. Es wird wieder ein riesen Chaos. Wuh! Bis dann! Tschüss! Pickelpause! Aber ich präsentiere doch die Sachen. Ich hab doch auch schon das angepasst. Achso stimmt. Don't add don't! Ich hab doch mal in den Moment. Entschuldigung. Vielleicht... Schert! Schert bitte! Schert! Schert bitte! Ja, wenn du eine hast... Schneide-Schere! Wenn ihr in Japan... Schneide-Schere! Willkommen bei Sandys... Bewerbung... Bewerbung... Bewerbung für was? Für das Universum... Ja, da oder hier? Na, wo ist denn auch noch nie? Und Bauch rein! Ja, okay, ihr seid beide drauf. Vor allem die Gesichterbeine. Seht man das? Seht ihr euch? Cool, ja! Oh Gott, ein weißer blauer Fleck hier unten. Wie hier auf meiner Scheibe gleich. Ein weißer blauer Fleck hier unten. Ähm, ähm, was? Woh! Fünf, sechs, sieben... Hallo! Ja, okay. Hahaha. Und da noget. Hold.. H thermal nicht. Vielen Dank.